Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft wie baut man was und heute möchte ich mit euch funktionierendes Toilettenpapier bauen. Also etwas was aussieht wie Toilettenpapier und ihr bekommt sogar wirklich Toilettenpapier. Legen wir sofort los. So, wie ihr seht habe ich schon mal eine kleine Beispieltoilette gemacht und jetzt zeige ich euch wie ihr Klopapier bekommt. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Die ganz einfache ist ein Itemframe daneben, den Knopf nicht auf den Itemframe, sondern hier an die Wand und in den Itemframe Wolle. Jetzt sieht das so ein bisschen aus, als würde man da eine Klopapierrolle haben. Aber um das Ganze noch funktionstüchtig zu machen, machen wir das Ganze wieder weg. Gehen wir nämlich hin, machen noch einen Dropper hier rein, einen Dispenser. Das ist ein Dispenser, ein Spender, ein Dispenser. Auf den machen wir erstmal den Knopf, in dem wir Shift gedrückt halten und bauen. Dann nochmal Shift und Itemframe drauf. Wolle drauf, auf den Itemframe natürlich. Und in den Dispenser hauen wir Klopapier. Klopapier. Und wenn wir jetzt hier drauf drücken, auf den Knopf, bekommen wir Klopapier. Also können wir ganz geschmeidig beim Abknötern auf der Toilette können wir uns hier hinsetzen. So. Und dann können wir so... Ach, ich brauche ein paar Paper. Gehen wir mal. Nein! Es fällt zu weit weg. Okay, machen wir jetzt ganz so schnell nochmal nebenan. Hups. Geht natürlich auch mit einem Holzbutton, wie man das möchte. Und jetzt hier nochmal schnell nehmen. Klopapier. So. Ach, das war ein dickes Ding. Brauchen wir gerade Klopapier. Juhu. Jetzt einmal schnell. Sauber gemacht. Rein in den Bottich. Wegspülen. Und die Sache hat sich erledigt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Idee zum Thema Klopapier findet. Und ich kann euch eigentlich nicht zeigen, wie das Ganze in einem Badezimmer aussieht, weil es ist ein Block. Das kann man sich, glaube ich, so sehr gut vorstellen. Aber vielleicht sehen wir das Ganze nochmal in Aktion, wenn wir ein ganzes Badezimmer bauen. Ich hoffe, euch hat das Video zum Thema Klopapier und wie es funktioniert gefallen. Wenn ja, könnt ihr das Video gerne liken. Wenn noch nicht geschehen, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Und jetzt bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, außer vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.